Ja, meine Leute, es hat doch geklappt. Es war eine Person, eine Putzfrau, hat mich zu meinem Zug gebracht. Eigentlich mal, eigentlich kann ich ab jetzt hier filmen. Das ist gut. Ganz oben, im neunten Stock. Das alte Hotel und Adina Hotel kann ich auch den Aufzüge auch mal filmen. So, hier ist das Hotel. Hier, ja, ich würde einfach, nein, egal. Ich kann dieses Hotel nicht übernachten. Wir alle wohnen ja hier. Aber ich will hier nur Aufzüge in neun Hotels mal filmen. Ich dachte, der Aufzüge saß in 2022 auf Grundsteuerung. Aber schau mal, Kamera ist da. Also darf man nicht. Sonst bekomme ich Ärger. Ich habe ein bisschen Angst. Ich hoffe, hoffentlich bekomme ich hier keinen Ärger. Ich habe ein bisschen Angst. Ach du Scheiße für meine Kamera. Nee. Mein Scherwitter ist das Kameran. Ey. Ich will hier keinen Ärger haben hier. Ich will ganz normal die Aufzüge filmen. Ach ja, stimmt. Das hat sie auch gesehen. So was hat dies denn. Aber warum hat Ihnen Hannover sowas nicht? Weil der Hannover ist in der Werder Straße. Warum hat sowas keinen Alarm? Aber das sind Leute, wo ich die Tour gemacht habe. Wo ich nicht gesagt, wo ich nicht trauen wollte. Zu drücken, zu aufmachen, bei den Alarm. Ja. Ich bin ganz oben neun und schon gut an der Hotel. Ich habe noch höher. Hier ist auch die Stimmung. Ich will nicht, ich will nicht aufmachen. Sonst denken die, ich will das einbrechen, das nicht. Ich hoffe, jetzt kann man was. Ich kann nur auf unser Geschoss fahren. Kohle. Dieser Aufzug ist so, der hat so moderne Trends. Hier will ich echt die Wüßkeit mit dem Motto Sound auch nicht. Aber es geht alleine nicht. Guck mal. Ich habe das Ding auch noch Reset. So geht der Alarm auch. Ich will besser etwas finden. Hallo. Ja. Ja. Sie müssen ja null sein. Ja. Die sind 20. Ich hol das jetzt ja geboren. Ja. 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 Wissen Sie null? Ja. Tschüss. Das ist ein Hotel. Das ist ein Parkhaus. Irgendwann, wenn die Eck sind. Hoffentlich geht es so tief in die Garage. Ich weiß es nicht. Es ist zu. So ein Notausgleich. Es gibt nichts. So eine Tisch Garage hier. So eine Tisch Garage hier. Entschuldigung. Bitte, ich sage uns alle auch hier. Guck mal. Nur erst dann geht's. Auf dem Ton ist noch ein Moment. Schade. Keine Ahnung. Aufgesperrt. Erst in Englisch. Ah. Ich glaube, ich möchte kurz meinen Frühstücksraum zeigen. Auf mich. Auf mich ist keiner. Hier ist der Frühstücksraum. Aber ich kann dich eigentlich nicht so gut aus. Aber diese. Hier habe ich mich wohl kein Ärger. Jeden Hotels. Jeden Hotels saßen ja. Frühstücksraum hier. Dies sind die gleiche Sachen. So wie ihr es ihr kennt. Wir haben Korsorn und so weiter. Wien, Hannover. Alles gleich hier. Ich konnte ausblicken. Erst schon im Frühstücksraum. Aber in Hannover auf einem Erdgeschoss. Ihr habt es sehr gesehen. Ihr könnt gerne noch mal das Video anschauen. Ach, du schaust jetzt jemand hier. Da spieg ich nicht. Ich will nicht antworten. Ich will nicht antworten. Ich will nicht antworten. Ich mache jetzt mal eine Mini-Tour. Hier sind die Töner und Frühstücks. Hier streng ich immer. Multi. Die. Ich will ausblicken. Ich will keinen Ärger haben, wenn ich nur hier ist. Ich will nicht jetzt noch aufzwingen. Ich hab gedacht, ob man eine Kurve von der Suchsacht sitze Ich weiß nicht, ob man ganz oben fahren kann. Ich glaube nicht. Meine Lieblingsfirma Kohne ist echt... echt modern. Der macht nie so... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist erschrocken. Ich will gestern nicht mal wieder sprechen, wenn ich wieder meine Lieblingsfirma Kohne auf sich gedrucken habe. Das ist ja meine Lieblingsfirma. Ich werde Kohne. Ich will mich gut und dann nicht kaputt machen. Ja, empfehlen. Endlich kann ich endlich mal filmen. Man nutiert es auf die Karte. Vielen Dank für das Zuschauen. Und bis 6. Video. Ciao Leute. Ich werde wieder fangen. Ich werde wieder fangen. Musik 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 Musik